Freunde, heute das Thema. Das Thema gesund alt werden, wie immer bei mir. Da gibt es ja vier Fundamente. Das ist die Ernährung, die Bewegung, die Achtsamkeit und der Schlaf. Das kennt ihr schon. Da gibt es auch schon ein paar Videos dazu. Viele Menschen wollen so forever young, sehr gesund alt werden. Sie machen was zum Thema Ernährung. Sie haben die Ernährung gesund umgestellt, dreimal zu einem Tag oder auch eine andere Art von Ernährung, nur eben gesund. Das sind die Sachen, die gegessen werden, so weit wie möglich, atembedarfsgerecht sind. Nummer eins. Sie bewegen sich regelmäßig, dreimal die Woche im Durchschnitt. Schweißtreibender Sport, Kombination aus Kraft, Ausdauer und Mobilitätsübung. Whatever auch ihr macht, was zumindest Spaß macht, das ist die Grundvoraussetzung. Sie gehen gut schlafen. Sie haben mindestens sieben Stunden gesunden Schlaf in der Nacht. Achtsamkeit. Sie machen Achtsamkeitstraining. Jeden Tag ein bisschen Meditation. Es gibt auch viele Arten. Meditation bzw. Achtsamkeitstraining heißt ja nichts anderes, wie das Gehirn freihalten mal für ein paar Minuten mit Gedanken im Hier und Jetzt bleiben. Ob das eine Achtsamkeitsübung ist in Form von Herzvariabilitätentraining, was ich mache, oder ob es Meditation ist im herkömmlichen Sinn. Geführte Meditation mit einer Stimme hinten dran, Musik hören, Entspannungsmusik, Rieseln, keine Ahnung, Windgeräusche, Wassergeräusche, whatever. Das ist egal. Oder auch autogenes Training, Tiefenentspannung, Tai Chi, Qigong, was immer. Wenn Sie das alles das gesamte Paket haben, gibt es noch was. Dann gibt es noch was, was sehr gut ist fürs gesund alt werden, was auch so ein Anti-Aging-Hack, Tipp ist, definitiv. Und zwar, es gibt Studien. Es gibt Studien, wo Sie Tiere, Ratten, Mäuse einmal immer überfüttert haben. Das heißt, immer ein bisschen mehr gegessen haben, wie Sie tatsächlich essen sollten. Natürlich auch in ungesunder Form. Und dann haben Sie parallel dazu Tiere gefüttert und haben immer ein bisschen weniger Energie zugeführt, wie diese Tiere tatsächlich benötigen. Immer so einen Tick unten drunter, einen Tick unterm Tagesbedarf. Immer so den ganzen Tag so ein bisschen leichter Hunger. Und sensationell ist dabei, dass man herausgefunden hat, dass die Tiere, die immer so eine leichte Überfütterung hatten, dass diese Tiere viel früher gestorben sind, viel schneller gerankt geworden sind, wie alle anderen Tiere, die immer so eine minimale, leichte Unterversorgung hatten, die immer so einen minimalen, leichten Hungergefühl am Tag haben. Und das Gleiche kann man natürlich auch auf Menschen spiegeln. Menschen, die sich laufend überfüttern, immer etwas mehr an Energie zuführen, wie der Körper tatsächlich verbraucht, führt dazu, dass natürlich unsere Organe, Verdauungsorgane, Bauchspeicheldrüse, dass all diese Elemente natürlich auch immer ein Stück mehr arbeiten müssen, wie sie eigentlich arbeiten sollten. Denn wenn wir mehr zuführen, wenn wir der Körperteile sich gebraucht, ist es ja auch so, dass das Volumen größer ist. Wenn wir mehr Energielieferantenformen von Kohlenhydraten zuführen, wenn wir mehr Energielieferantenformen von Fetten zuführen, wenn wir zu viel Protein zuführen, ist es so, dass der gesamte Organismus mehr arbeiten muss. Alle Organe, die am Verdauungsprozess beteiligt sind, müssen mehr Arbeit leisten. Und wenn Organe mehr Arbeit leisten müssen, zu viel Arbeit, ist dann die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Organe schneller den Geist aufgeben, dass diese Organe schneller verschleißen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ja. Wir kennen es ja auch bei Menschen, die Diabetes haben, also nicht genetische Diabetes, sondern eine angefressene Diabetes haben. Warum fängt die Bauchspeicheldrüse an, komische Sachen zu machen? Warum funktionieren die Insulinrezeptoren nicht mehr? Was steckt da dahinter? Da steckt dahinter, dass diese Systeme völlig überlastet wurden. Wenn Menschen zu viel Stress haben, und das Stress geht aufs Herz, und das Herz macht Probleme. Warum? Weil es unterfordert wurde? Krass unterfordert wurde? Nein, weil es überfordert wurde. Wenn ein Magen oder ein Darm oder ein Magen natürlich auch anfängt, komische Sachen zu machen, wurde er unterfordert und überfordert. Meistens liegt es an der Überforderung, dass der Darm zu viele Dinge abbekommen hat, die von Natur aus so nicht da reingehören. Und dann fängt der Darm an, komische Sachen zu machen. Das Gleiche gilt auch für alle Sachen, wie Leber genau das Gleiche. Die Leber ist ein Reinigungsorgan, und dieses Reinigungsorgan, wenn man es normal belastet, mit natürlichen Dingen, die draußen in der Natur vorkommen, wird mit der Leber, wenn sie gesund ist, nicht viel passieren. Konfrontieren wir die aber mit Dingen, die in der Natur nicht vorkommen, und dazu auch nur mit viel zu vielen Dingen, die in der Natur nicht vorkommen, zumindest nicht in dieser Konzentration, dann fängt die Leber an, komische Sachen zu machen. Das Organ altert viel schneller. Und so geht es all unseren Organen, dass diese Organe, wenn sie immer wieder mehr zu tun haben, das System mehr verarbeiten muss, wie die Natur vorgesehen hat, in dem Moment führt das natürlich zu Problemen. Und deswegen auch ein wichtiger Anti-Aging-Tipp ist, immer einen Tick weniger zu essen, wie der Körper tatsächlich braucht. Eine leichte Unterversorgung, keine Panik, keine krasse Unterversorgung. Nicht, wenn man zweieinhalbtausend Kalorien braucht, nur tausend Kalorien essen, das ist Bullshit, das funktioniert nicht. Das machen ja die Leute, die Diät machen, dass das nicht funktioniert, das sieht man ja, weil die werden ja letztendlich immer fetter anstatt schlanker. Sondern von den Erstoffen, die ich brauche, immer so ein kleines bisschen unten drunter bleiben. Immer so minimal weniger essen. Sorgt auch für gesunden Hunger. Da habe ich vor kurzem einen Video drüber gemacht. Sorgt auch für gesunden Hunger. Und wer einen gesunden Hunger hat, weil immer ein bisschen weniger ist, wie er tatsächlich braucht, der fahrt natürlich auch voll auf gesunde Sachen ab. Menschen, die übersättigt sind, die zu viel essen, die kann man in der Regel mit gesunden Sachen nicht lockern. Menschen, die einen leichten Hunger haben, die kann man auch mit gesunden Sachen locken. Ihr seht wieder, es hat natürlich nur Vorteile, es gibt keine Nachteile. Nachteile ist natürlich, dass man einen leichten Hunger hat. Wer natürlich einen leichten Hunger als Katastrophe bezeichnet. Wer einen leichten Hunger als nicht aushaltbar bezeichnet. Wer durch einen leichten Hunger kurz davor ist zu sterben. Bei dem macht es natürlich relativ wenig Sinn. Deswegen ist es auch eine Einstellungssache. Kann ich mit leichtem Hunger leben? Ich muss zwischendurch ein bisschen auf die Uhr gucken. Na, kommt noch ein Coach ab. Ich habe noch Zeit, alles gut. Kann ich mit einem leichten Hunger leben? Ja, kann ich, wenn ich von vornherein in meinem Kopf das für mich verarbeitet habe, dass dieser leichte Hunger da ist, dass der leichte Hunger mich nicht umbringt, dass der leichte Hunger nicht dazu führt, dass ich keinen Lebensluxus mehr habe. Wenn ich das alles in meinem Kopf strukturiert habe, dann geht es. Dann kann man mit leichtem Hunger leben. Dann mache ich schon, wow, mache ich schon seit, ich schätze seit 1994, mache ich das, dass ich mit einem leichten Hunger lebe, weil ich da nonstop in Wegkämpfen war, mehr oder weniger, immer wieder zu Fotoshootings, mich vorbereitet habe. Und da ist man immer so in einem leichten Kaloriendefizit. Und ich kann euch eins sagen, schaden tut es auf gar keinen Fall, denn mit meinen zwischenzeitlich 53 Lensen fühle ich mich sehr, sehr fit, sehr, sehr stark, sehr, sehr leistungsfähig, also körperlich wie geistig. Und das führe ich darauf zurück, dass ich natürlich einmal eine gesunde Ernährungsweise habe, so weit wie möglich gesund, so weit wie möglich. Auch ich habe hier und da meine Ausrutscher, auch ich esse vielleicht hier und da schon mal ein bisschen zu viel Fleisch, wobei ich es auch schon besser geworden, ich habe früher viel mehr Fleisch gegessen, zwischenzeitlich suche ich immer mein Fleisch genau raus, esse viel weniger Fleisch, esse nur noch einmal in der Woche Rindfleisch, weißes Fleisch, esse viel mehr Fisch, lass auch mal einen Tag Fleisch und Fisch komplett weg. Also weit wie möglich, esse ich gesund. Ich führe es darauf zurück einmal. Natürlich auf das, dass ich jede Nacht auch 7,5 bis 8 Stunden schlafe, dazu meine Achtsamkeitszeiteneinhalt, 3 Mal am Tag, maximal zwischen 2 und 3 Mal, 5 bis 10, manchmal sogar 15 Minuten, also insgesamt 20, 25 Minuten aufgeteilt in kleine Einheiten. Auch das ist mit ein Anteil, warum ich mich fit und wohl fühle, warum ich mit 53 noch richtig Gas geben kann. Aber, jetzt kommt es, auch diese leichte kalorische Unterzufuhr führt dazu, dass ich natürlich mehr Leistungsfähigkeit habe, aus dem einfachen Grund, weil meine Organe nicht die ganze Zeit überarbeitet werden, weil meine Organe nicht belastet werden mit Dingen, die sie schädigen. Und das alles führt dazu, dass ich natürlich viel mehr leisten kann, dass ich im Sport Gas geben kann, dass ich im Kopf leistungsfähig bin, dass ich teilweise am Tag 10, 11, 12 Stunden richtig gut abliefern kann. Und das macht mir natürlich persönlich auch Spaß, warum ich arbeite sehr, sehr gerne. Für mich ist Arbeit keine Strafe, ich habe ja meinen Wunschberuf. Und das ist ein schönes Paket. Also ein schönes Paket geschnürt. Und heute wollte ich euch sagen, dass dieses leichte, weniger Essen kein Nachteil hat. Außer ich suche einen Nachteil natürlich. Wenn ich nachher den Nachteil suche und sage, oh je, ich muss den ganzen Tag bitterlich, bitterlich hungern. Oh je, oh je, ich halte das nicht aus, diesen furchtbaren Hunger. Wenn ich das im Kopf mit solchen Wörtern verbinde, dann werde ich es nicht aushalten. Deswegen ist immer der erste Step, die Bewertung. Wie bewerte ich denn sowas? Ah, das ist gut für meine Gesundheit. Oh wow, meine Organe müssen weniger arbeiten. Wow. Ich investiere in meine Gesundheit. Wow. Ich bin leistungsfähig. Wenn ich das mache, spüre ich schon eine Leistungssteigerung. Und wenn man es so bewertet, ist es easy. Dann fällt es einem auch nicht mehr schwer. Ihr seht auch hier, ist immer wieder zwischen den Ohren unsere 1240 bis 1370 Gramm dafür verantwortlich. Was hinten rauskommt, was unterm Strich passiert, ist unser Gehirn dafür zuständig. Deswegen ist es wichtig, sich richtig zu programmieren, mit der Thematik entsprechend umzugehen und dann eben mal hergehen, sich die Energie berechnen lassen, zu gucken, welchen Energiebedarf habe ich tatsächlich. Ist einmal der Grundumsatz, das was mein Körper in Ruhe verbraucht, 8 Stunden schlafen, 16 Stunden wach, der Arbeitsumsatz, Leistungsumsatz, ist das, welchen Beruf ich habe. Dann, wenn man Sport machen soll, den Sportumsatz und natürlich noch ein bisschen die Genetik einfließen lassen. Denn es gibt unterschiedliche Stoffwechseltypen, die gibt es tatsächlich. Ja, das ist nicht nur ein Hirngespinst, sondern manche Menschen verbrauchen einfach wesentlich weniger Energie, weil sie von Natur aus Energiesparmodelle sind, weil sie von Natur aus einfach eine andere Strukturierung haben, was die Thermogenese, was die Schilddrüsenhormonfunktion anbringt, vielleicht sogar noch auch die anderen Hormone. Und somit ist es wichtig, dass ich da mal ein Päckchen habe, wer weiß, welche Menge brauche ich denn tatsächlich und entsprechend dessen ein bisschen drunter bleibt. So, 10%, 15% unterhalb des tatsächlichen Bedarfes bleibe, somit immer so einen minimalen, leichten Hunger verspürt den ganzen Tag. Wunderbar für die Regeneration unserer Organe. Auch wenn du jetzt die ganze Zeit schon jahrelang im Überfluss deine Organe bestraft hast, kannst du es jetzt anfangen. Du kannst es jetzt anfangen, kannst jetzt das ändern und ich garantiere dir, deine Gesundheit wird es dir danken, selbst wenn du 50 bist. Selbst wenn du 60 bist, selbst wenn du 70 bist, das ist völlig Bums. Deine Organe sind in der Lage, sich zu regenerieren. Deswegen kannst du jetzt damit anfangen. Du musst nicht sagen, oh Gott, jetzt habe ich es ja schon 50 Jahre so gemacht oder 60, jetzt brauche ich nichts mehr machen, das ist eh wurscht. Ist eh egal. Der Zug ist eh abgefahren. Stimmt nicht. Man kann jederzeit wieder rein investieren und jederzeit wieder dafür sorgen, dass durch diese Maßnahmen der Körper sich wieder regeneriert und dass wir echtes Anti-Aging betreiben. Für alle da draußen, die Sälbchen suchen, Pülferchen suchen, Spritzen suchen für das Thema Anti-Aging. Es gibt nichts Besseres wie gesunder Schlaf, Achtsamkeit, Wasser trinken ausreichend, Sportbewegung, bisschen weniger Essen wenn der Körper braucht, gesunde Fettsäuren zuführen, Protein drauf achten ist nicht zu wenig, vor allem wenn man älter wird. Das ist eine echte Anti-Aging-Maßnahme ohne Nebenwirkung. Ganz ohne Nebenwirkung. Ganz gratis. Ja, natürlich muss ich ein bisschen Zeit investieren, das ist richtig. In dem Sinn ist es nicht gratis, was den Aufwand anbetrifft, aber es ist gratis hier. Ja gut, okay, gesunde Ernährung ist ein bisschen teurer, wobei, wenn man zwischensäglich rechnen, was Fast Food kostet, was der ganze Müll kostet, wenn man die ganzen Süßigkeiten weglässt, die ganzen Schandtaten weglässt und das Umswitchen der gesunde Ernährung kommt man da ähnlich dabei raus. So Freunde, jetzt kommt gleich mein Coachie. Der ist schon 70 Jahre alt, macht 8 Klimmzüge locker, ist topfit. Topfit, so möchte ich mit 70 auch noch sein und ratet mal, was er macht. Ist er zu viel? Nein. Ist er Fast Food? Nein. Trinkt er zu viel Alkohol? Nein. Schläft er nachts gut? Yes. Macht regelmäßig Bewegung? Yes. Ist er glücklich? Yes. Denn auch soziale Umfeld ist auch ganz wichtig, denn auch das trägt dazu bei, dass wir uns gut fühlen, wohl fühlen, dass natürlich unser Gehirn sich entspannt. Denn das ist auch eine Voraussetzung für gesund alt werden. So ihr Lieben, das war es heute zum Thema Anti-Aging, das wahre Anti-Aging-Konzept, was man mit einfließen lassen kann. Zusätzlicher Punkt, die anderen Punkte kennt ihr ja schon von mir. Bisschen weniger Essen wir brauchen, natürlich, bisschen weniger vom gesunden Essen, Freunde, nicht ein bisschen weniger Fast Food, okay? Bisschen weniger vom gesunden Essen. Das sollte schon passen. Die Grundzufuhr, die Qualität sollte schon passen und dann noch ein bisschen weniger. Das ist ein mega Tipp von mir für euch. Freunde, wenn ihr sagt, das war richtig gut, das gefällt mir, das finde ich gut, was der da treibt, dann freue ich mich jederzeit auf einen Daumen nach oben, vor allem auf Kommentare. Wenn ihr was wissen wollt, solltet ihr das da unten reinschreiben, dann kann ich natürlich auch darauf Einfluss nehmen, vielleicht mal wieder ein Video machen, auch die To-Do-Liste nehmen, die schon unendlich lang ist und werde dadurch auch nochmal ein Video machen. Bitte, Feedback von euch und wenn ihr sagt, ich würde ihn gerne mal als Coach kennenlernen. Auch das ist möglich. Ihr müsst einfach unten in die Shownotes, in die Bemerkungen, da steht oben drüber meine Adresse, wo ihr mich findet, mein Link, da könnt ihr euch bewerben. Da könnt ihr euch bewerben auf meiner Page für ein erstes 60-minütiges Erstgespräch, Beratungsgespräch, wo ich euch erkläre, was ihr machen könnt bzw. ihr mir erstmal sagt, was ihr wünscht ihr habt, ihr mir erläutert, wo eure Problematik ist, wo eure Stolpersteine sind, was ihr gerne ändern möchtet, Wünsche an mich und ich sage, welche Wünsche ich euch erfüllen kann und nach 16 Minuten zum Abschluss können wir sagen, Andreas, gut, will ich machen und Andreas, passt nicht ganz. Je nachdem, was du möchtest. Das war's schon. Wünsche euch bei allem, was ihr tut, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und denkt dran, ihr habt nur einen Körper. Ihr habt nur eine gesunde Zukunft. Arbeitet daran. Und 72 Stunden Regel nicht vergessen. Wissenschaftlich belegt die goldene Regel. Innerhalb der ersten 72 Stunden, jetzt das Tun kommen. jetzt die ersten Veränderungen angehen, die ersten Schritte einleiten fürs neue Vorhaben und dann ist es mit Sicherheit von viel größerem Erfolg gekrönt, wie wenn ihr nichts tut in den nächsten 72 Stunden, denn nach 72 Stunden geht das Ganze nach unten. Erfolgskurzend fällt unter 2%. Bitte nicht vergessen, Freunde, ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut. Ich freue mich, wieder bald von euch was zu hören. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bye, bye.